Hi YouTube, wir sind heute auf Wanderung im Thüringer Wald. Ja, als Muttertagsgeschenk habe ich heute mal was anderes ausgesucht, wo wir sonst immer sind. Und wo wir sind, erfahrt ihr dann nach dem Intro. Bis dahin, viel Spaß. Wir sind heute auf Wanderung im Thüringer Wald. Das war's für heute. Hallo, Schatzi! Das war's für heute. 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 Bis dann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hi. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Ja, da braucht's für heute. So, das war's für heute. So, bis dann. Wir machen, wir machen jetzt. so? Erwartet, weil es ist ja hier wirklich fantastisch. Und wir werden das hier noch mal weiter erkunden, recherchieren noch ein bisschen, wo dann noch so hingeht und was noch zu entdecken ist. Also von der Kulisse hier sehr beeindruckt. Die Wanderwege sind top. Ja, ich finde sie sehr gut. Wie schon gesagt, die Beschilderung ist hier wirklich echt fantastisch. Turnschuhgeschichte würde ich bedingt, weil viele, also von den Steinen her, ist sehr viele Spitzesteine mit bei und sowas. Und dann, naja. Auch uneben. Man kann leicht umknacksen mit Turnschuh. Genau. Aber sonst auch so im Ganzen. Also ich gehe mal davon aus, wir hatten ja schon gesehen, dass Burgfeste hier wohl auch stattfinden. Mal sehen, wann das einmal ist. Und dann werden wir definitiv auch herkommen. Da werden wir mal gucken. Also die Kulisse hier oder sonstige Sachen. Also es sind noch ein paar andere Sachen hier. Das hatten wir schon entdeckt. Mal gucken, wann wir die denn in Angriff nehmen. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter, weil so langsam... Zieht sich zu und es sieht nach Bacon aus. Richtig. Aber nur nicht die so ultimative perfekte Kleidung mit. Heute nicht. Und deswegen. Mal gucken, was noch so unterwegs kommt und sieht. Bis dann. Tschüss. So, bis nachher. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020